Habt ihr diese Windel schon einmal gesehen oder sogar getragen? Sie erschien bereits Ende 2022 und ist damit nicht mehr brandneu, aber meinem Eindruck nach trotzdem noch recht unbekannt. Daher möchte ich euch in der heutigen Windel-News-Folge 9 die Ferryland von The Cuddle Cooperative vorstellen, die seit Ende August 2022 verkauft wird. Die Ankündigung zum Vorverkauf sieht zwar nicht so besonders ansprechend aus, finde ich. Aber davon solltet ihr euch nicht abschrecken lassen. Wissen, sympathisch wirkt der Unternehmensname The Cuddle Cooperative, so nennt sich ein Windelhersteller nicht alle Tage. Gerade deswegen wäre es schön, wenn man ein paar Informationen darüber finden würde, wer diese Windel gemacht hat, was die Gründe dafür waren und so weiter. Auf der Homepage gibt es zwar einen Abschnitt namens Abadas. Doch der enthält leider nur vier Sätze und dreht sich nur um die Windel. Wesentlich gelungener finde ich das Bild von Ende August. Das passt doch viel besser zu einem Cuddle Cooperative. Auf diesem Bild bekommt man auch einen ersten Eindruck des Designs, hinten sind viele kleine Motive aufgedruckt, hauptsächlich Blumen. Die Seite hebt sich durch zwei Streifen ab. Das finde ich eine spannende Idee. In den bisher von mir getesteten Windeln gab es oft einfarbige Seiten, manchmal auch mit Mustern wie beispielsweise Punkten. Streifen in Richtung der Seiten hatten wir bisher nicht so oft und es passt gut zum Design. Auf der Homepage sieht man Bilder von vorne, alle jedoch an Personen, die sie gerade tragen. Das ist okay, doch ich vermisse zusätzlich ein paar Bilder von der Windel selbst. Damit man sieht, wie die Windel zugeklappt aussieht, welches Design vorne aufgedruckt ist. Die scheint es auf der Homepage nicht zu geben, daher habe ich recherchiert und sie gefunden. Schon im Juli 2022 hat The Cuddle Cooperative sie auf Twitter veröffentlicht, als eine Art Vorschau, wie ihre Windel aussieht, die sie bald auf den Markt bringen möchten. Hier sieht man, dass ihr Fokus auf der Klebefläche liegt. Dort ist ein Pilz aufgedruckt, zusammen mit einer Landschaft und vielen Blumen. Der untere Rand ist mit einer wellenförmigen Linie vom Rest abgetrennt. Auch das ist neu und sieht meiner Meinung nach gut aus. Bei anderen Windeln habe ich bisher nur gerade Linien gesehen, falls überhaupt welche vorhanden sind, manche haben ja auch gar keine. Die Beschreibung verrät, dass man mit der Windel einen magischen Wald darstellen möchte, mit Pilzen, Zwergen und Feen. Der Gnum vor dem Pilz raucht eine Wasserpfeife, das ist mir tatsächlich entgangen, weil er auf den Bildern recht klein aussieht. Angeboten wird die Windel in den Größen M und L, kein XL. Außen soll sie eine dicke Plastikfolie haben, somit haben wir Mehrwegkleber aus Plastik. Die bewerten zwei Stück pro Seite. Hervorgehoben wird der elastische Beinabschluss, in den der Auslaufschutz eingebaut wurde. Die Saugleistung wird mit 5000 ml angegeben, nach welcher Art gemessen wurde, ist unklar. Eine Packung enthält 10 Windeln und wird im eigenen Shop für 37,95 Euro angeboten. Der Shop scheint aus den USA zu stammen. Wenn ich eine Adresse in Deutschland eingebe, werden die Versandkosten auf 58,95 Euro für internationalen Versand gesetzt. Sie selbst zu importieren lohnt sich also nicht, allerdings habe ich sie im Shop My Inner Baby ebenfalls gefunden. Mit diesem Shop arbeitet The Cuddle Cooperative zusammen, dort sind sie für umgerechnet derzeit 36,96 Euro verfügbar. Das Besondere ist hier, My Inner Baby verschickt weltweit bis auf wenige Ausnahmen und verspricht kostenfreien Versand ab 75 Dollar. Verglichen mit anderen Windeln ist sie kein Schnäppchen, aber wer interessiert ist, kann sie über diesen Weg kaufen, ohne dass noch extrem hohe Versandkosten dazukommen. In der EU ist mir leider derzeit kein Shop bekannt, der sie selbst importiert und verkauft. Es handelt sich um die erste Windel von The Cuddle Cooperative. Das merkt man teilweise auch, etwa beim Marketing, das manchmal etwas ungünstig ist. Aber aller Anfang ist bekanntlich schwer. Ich finde es cool, dass es immer mehr ABDL-Windeln gibt und mir gefällt das Design. Falls ihr noch mehr Windeln entdecken möchtet, findet ihr an der Seite weitere Folgen der Windel-News, in denen ich regelmäßig Neues auf dem ABDL-Markt vorstelle. Wie ist euer Eindruck von dieser Windel? Schreibt es gerne in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr zukünftig keine Windel-News und Praxistests mehr verpasst. Bleibt trocken! Bis zum nächsten Video!